Sebastian verrät den Trick hinter den Fake-Garnelen. Perfekt, wie das klebt. Wir zeigen, wie einfach man Kunden mit Surimi hinters Licht führen kann. Surimi. Kennen wir alle aus dem Supermarkt. Sieht irgendwie witzig aus, oder? Aus dem japanischen übersetzt heißt Surimi zermahlenes Fleisch. Nur, welches Fleisch? Surimi. Besteht aus Fisch, der auf anderem Wege nicht mehr vermarktet werden kann. Und damit der zu Surimi wird, muss ich ihn erstmal in seine Einzelteile zerlegen. Eine Idee ganz nach dem Geschmack der Lebensmittelindustrie. Ganz in Weiß mit einem Tablett voll Fisch. Surimi gibt es seit Jahrhunderten. In Japan ist es eine traditionelle Spezialität. Damit wir an das pure Fischfleisch kommen, müssen wir jetzt erstmal alles grob separieren. Deswegen Achtung, es wird jetzt schmutzig. Das Filetieren von Hand würde bei so kleinen Fischen viel zu lange dauern und wäre auch viel zu teuer. Hiermit geht das wesentlich schneller. Was Sebastian Lege hier macht, geschieht normalerweise noch auf hoher See, direkt auf den Fangschiffen. Die Fische werden ausgenommen und dann mit Wasserdruck in ihre Bestandteile zerlegt. Super, funktioniert. Und wie man sehen kann, bleiben da nur noch die Gräten übrig. Das Fleisch der Fische verwandelt sich in eine wässrige Masse, die Sebastian Lege nach und nach reinigt. Kleingerieben wird daraus ein nahezu geschmacksneutraler Fischbrei. Der lässt sich in jede beliebige Form bringen. So. Hey, super! Feinstes Fischmuskeleiweiß. So nennt man das auf der Zutatenliste bei Surimi. Perfekt, wie das klebt. Damit das zu Surimi wird, braucht es noch einige Bindemittel. Phosphat und modifizierte Stärke sollen den Fischbrei später in Form halten. Doch für den perfekten Fake reicht das noch nicht. Das Eiweiß, was im Fisch steckt, reicht nicht aus, um diesen Biss zu erzeugen, um eine Garnele oder einen Krebstick zu simulieren. Deswegen kommt da Hühnereiweißpulver rein. Hühnereiweiß im Meeresfrüchte-Salat. Auf diese Idee kommt nur die Lebensmittelindustrie. Tropfen Öl. Und jetzt können Sie sich entscheiden, was möchten Sie? Garnele oder Krebs? Ich nehme die Garnele. Mit Aroma aus dem Labor ist der typische Meeresfrüchtegeschmack in Sekunden hergestellt. Jetzt kann Sebastian Lege in Ruhe an der Optik arbeiten. Das sieht so gut aus. Er spritzt den Brei in Formen aus Silikon. Das kommt hier rauf. Deckel drauf. Und jetzt kriegen die kleinen Babys ein bisschen Dampf. Beim Garen in Dampf stocken die hitzeempfindlichen Eiweiße und die Bindemittel entfalten ihre Kraft. So entsteht die typische Garnelenartige Konsistenz. Nur noch vorsichtig aus der Form lösen. Diese blassen Würmer gehen so noch nicht als Garnele durch. Was fehlt, ist eine ordentliche Portion Farbe. So Jungs, jetzt gibt's mal richtig Lack hier. Wie sagt man doch so schön, das Auge ist mit. Die Produktion von nachgemachten Garnelen aus Surimi ist ziemlich aufwendig. Dafür sind die verwendeten Zutaten extrem günstig. Im großen Maßstab hergestellt, lohnt sich der Aufwand für die Industrie. Vor allem, wenn die Kunstprodukte als echte Garnelen durchgehen. Das ist ja klar, dass man hier schon sieht, dass das keine echte Garnele ist. Aber wie sieht das denn so Meeresfrüchte-Salat aus? Ich behaupte, das meckt keiner. In Düsseldorf will Sebastian Lege den Beweis antreten. Zwei Meeresfrüchte-Cocktails hat er im Angebot. Einmal mit echter Garnele und einmal mit gefakter Surimi-Garnele. Magst du Meeresfrüchte? Ja, gerne. Es geht los. Legt einfach schon mal los. Ihr könnt schon mal probieren. Und dann sagt ihr mir, was ihr schmeckt, was ihr seht, was ihr fühlt. Wer fällt auf die falsche Garnele rein? Das eine schmeckt irgendwie nach mehr Gewürz als das andere halt. Okay. Ansonsten schmeckt dir kein Unterschied? Nicht wirklich. Okay. Also das sieht aus wie Teile von Schrimps oder Garneelen. Irgendwas in der Art. Okay, ist aber alle Schrimps. Das eine sind für mich die großen Gambas. Und das ist für mich definitiv anders. Was ist das denn? Ich kann es wirklich nicht definieren. Das könnte sein, dass das Fake ist. Im direkten Vergleich kommen früher oder später alle Tester drauf, dass Sebastian Lege in einer Schüssel Fake-Garnelen serviert hat. Schmeckt man aber auch. Schmeckt man. Ja, und jetzt finde ich es auch ziemlich eklig mit angemalt und sowas. Aus Fischbrei nachgebaute Meeresfrüchte können geschmacklich also nicht mit echten mithalten. Trotzdem werden sie produziert und vor allem an Kunden in der Gastronomie verkauft. Die dürfen sie natürlich nicht als echte Garnelen anbieten. Doch Stichproben der Lebensmittelaufsicht Baden-Württemberg zeigen, die Restaurants schummeln. Von 18 getesteten Betrieben haben 9 ihren Kunden Surimi als echte Meeresfrüchte serviert. Vorsicht auch vor Meeresfrüchte-Mischungen aus dem Supermarkt. In diesem Furtidimare Royal steckt tatsächlich Fischbrei und Hühnereiweiß, das mit Bindemitteln und Phosphat gestreckt und mit Farbstoff angemalt wurde. Wahrscheinlich sind die Vorschriften für die Deklaration auf den Märkten oder auch in der Gastronomie nicht ausreichend, denn ich muss nicht sofort beim Namen des Produktes schon sehen können, ist da Surimi drin oder nicht. Ich erkenne es meistens nicht so richtig, es ist oft versteckt angegeben, wenn überhaupt. Und von daher könnte hier noch deutlich nachgebessert werden, um den Verbrauchern auch wirklich die volle Transparenz zu geben. Falsche Meeresfrüchte gibt es häufiger als gedacht. Die Verlockung ist groß, Kunden damit hinters Licht zu führen. Doch das muss nicht sein. Nachhaltige Garnelen aus der Region könnte es bald überall geben. Unsere Reise zu nachhaltig produzierten Garnelen führt uns nach Bayern in eine kleine Gemeinde im Umland von München. In dieser unscheinbaren Gewerbehalle befindet sich eine Anlage, die für die Zukunft der Garnelenzucht richtungsweisend sein soll. Die Indoor-Aquakultur von Langenpreising. 1,5 Millionen Bayern-Garnelen züchtet das Startup jährlich. In acht Becken wachsen die Tiere bis zur vollen Größe heran. Hier sieht man jetzt mal eine Garnele. Die hat noch einen Eiweißfilm auf dem Panzer drauf. Ist ganz sauber und wahnsinnig kräftig, weil der ganze hintere Teil ist Muskelmasse. Der technische Aufwand für die Bayern-Garnele ist riesig. Jedes der Becken enthält etwa so viel Wasser, wie ein Vier-Personen-Haushalt pro Jahr verbraucht. All dieses Wasser muss permanent hin- und hergepumpt, aufbereitet und geheizt werden. All das kostet jede Menge Geld und verschlingt enorm viel Energie. Nur bei der Futterverwertung sind Garnelen wahre Meister der Effizienz. Also wenn man gut ist, dann schmeißt man so ungefähr 1,3 Kilo Futter rein und kriegt ein Kilo Garnele raus. 1,3 Kilo Futter für ein Kilo Garnele. Hühner und Schweine verbrauchen da deutlich mehr. Bei Rindern ist der Futterbedarf im Vergleich zur Garnele sogar zehnmal höher. Garnelen statt Rindfleisch. Die eingesparten Futtermengen sind im globalen Maßstab enorm. Die Garnelen im bayerischen Langenpreising wachsen unter künstlichen Bedingungen auf. Das Startup versucht die Tiere durch digitale Steuerung möglichst schnell, möglichst fett zu bekommen. In Stahltanks, bei Kunstlicht ohne frische Luft und natürliche Sonneneinstrahlung. Kann das gut sein für die Umwelt, Tiere und Klima? Ursprünglich ist diese Garnele in den Mangrovenwäldern Südamerikas zu Hause. Das bedeutet ganzjährig Sommer bei um die 30 Grad Luft und 28 Grad Wassertemperatur. Auch die Bayern-Garnele will es warm haben. Heizkosten sind für die Indoor-Zucht der mit Abstand größte Posten. Und auch die Wasseraufbereitung verschlingt jede Menge Energie. Als Mangrovenbewohner brauchen Garnelen Salzwasser zum Leben. Habt ihr Salzgehalt schon gemessen? Oder wollen wir das nochmal eben messen? Machen wir nochmal. Ich geb dir das mal rein. Testen wir mal hier. Also zwei Prozent Salzgehalt. Der Vorteil, den wir hier haben in der geschlossenen Farm, ist, dass wir eben alle negativen Einflüsse im Grunde versuchen hier zu vermeiden. Die bleiben vor der Tür quasi. Und damit haben wir eine Zuchtatmosphäre, die immer konstant bleibt. Bisher werden Garnelen in warmen Ländern nahe dem Äquator gezüchtet. Dort findet die Garnelenzucht aber in offenen Gewässern statt. Ausscheidungen der Tiere gelangen in Böden und Flüsse. Gegen eingeschleppte Krankheiten werden Medikamente eingesetzt. Folgen sind oft schwere Umweltschäden. Die Zucht an Land soll das verhindern. Landbasierte Zuchten sind grundsätzlich auch sehr nachhaltig, weil sie eben nicht der Umwelt zur Last fallen. Weil wir im geschlossenen System das Wasser immer wieder aufbereiten. Kein Einsatz von Chemikalien. Wir haben nur einen sehr, sehr geringen Wasseraustausch. Und wir müssen die Garnelen nicht weit transportieren, sondern wir sind ja in der Region, wo auch der Konsum stattfindet. Derzeit produziert die Anlage in Langenpreising etwa 30 Tonnen Garnelen pro Jahr. Zum Vergleich, die Aquakulturen in China, Südostasien und Amerika messten jährlich 3,5 Millionen Tonnen. Doch der Anfang ist gemacht. Erst wurden Spitzenköche aus der Sterne-Gastronomie auf die Bayern-Garnele aufmerksam. Jetzt liegt sie auch bundesweit in den Fischtheken gut sortierter Supermärkte. Die hier produzierte Garnelen kann preislich noch nicht mithalten. 59,90 Euro verlangen die deutschen Züchter pro Kilo. Gegen etwa 18 Euro bei herkömmlicher Produktion. Doch der Indoor-Aquakultur gehört die Zukunft. Davon sind die Gründer überzeugt. Genau das Gleiche geht mit Meeresfischen. Es werden aktuell auch weltweit in verschiedenen Ländern, in den USA, in Europa, in Japan, landbasierte Lachszuchten gebaut oder auch andere Arten von Fischen. Also das macht immer mehr Schule, weil die Seafood-Industrie natürlich weiß, dass wir nicht mehr Fischproteine aus den Meeren rausbekommen werden. Nur mit Bio-Futter und grüner Energie kann Garnelenzucht auch bei uns in Deutschland eine gute Sache sein. Dann können Garnelen in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten, die Weltbevölkerung auf nachhaltige Weise satt zu bekommen. Denn kaum ein anderes Tier verwertet das eingesetzte Futter so effektiv. Achtet ihr beim Fischkauf auf die Herkunft? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF-Besseresser und schaut in die nächsten zwei Clips. Boop.